Und start! Preis 2 für Einti Bedarf in Filmberg, Spaghetti Factory Naro und wenn das hier an den Pass in Pau geht es auf die Reise mit ungefügen oder anfällig. Vorgefügt dahinter, Mauro. Dann Pauwitper. Besonders noch. Und mit Angst. So geht es über den Turmstrom. Der kein Problem bereitet. Dann kommen die Pferde jetzt in die Diagonale in Richtung Tribüne über den Baumstab. Und dann geht es in den Springgarten mit dem Einstrung, dem Baum, der Hecke und dem Aussprung. Wir bauen die Pferde mit OE 5. idiots und wir sind gleich so hoch. Hallo! 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 Rechts, dann links hinunter, in die Diagonale, und dann kommt der Brotsempfer vom Bereich des Startes. Sie sind in vorne. Ungefühl, der sich etwas absetzt. Der Rest des Feldes, nach vorne. Das ist Algoritma definitiv hier jetzt zu langsam hinter dem Korz einschliesst. Nach vorne. Dann kommt der Tottenball, das ist der Absprung dort, hinter den Bäumen, auf der linken Seite, ein Meter hoch. Als Absprung dann geht es über den Erdwall, recht links hinauf. Und dann kommen die Pferde bereits hier auf den Ball in Richtung Tribüne. Wo wir das Feld planieren. In Empfangien werden. Es ist Oli Krüft. Anovo, Algoritma, hier sammeln noch. Und mit an. Hier ist ein Einfallbild, führt Raphael Lipp. Das Feld hier auf den Ball. Dann die Rechtswendung zum Ortsbürgersprung. Hier kommt das Feld. Hier dreist der Monaco, ein Kieler aus, der Dähti der Kiel. Und hier ist Neuer. Der Hafen Monja. Und auf rechts über den Ortsbürgersprung. In der selben Reihe fallen die Unterländer mit Oli Föck. Mit Mauro, mit Algo Hildmann, mit Lissander und Männer über den Ortsbürgersprung. Dann geht es leicht links dort über den Ortsbürgersprung. Dann geht es herum auf rechte Hand in Richtung Tribüne über den Englischen. Das ist links vom Wassergraben. Die Hecke direkt auf die Tribüne zu. Und auf rechts über den Ortsbürgersprung. Und dann über die Hecke hinter dem Tag. Und verändert OE 5. Manolo. Es sammeln noch. Algo Hildmann und Meda. So kommen die Pferde über den Englischen. OE 5. In gespitzten Ohren. Keine Probleme für keine Säte. OE 5. Algo Hildmann. Hier über den Ortsbürgersprung. Dann geht es über die Hecke hinter dem Tag. Dann geht es. Wir wieder in den Springarten hinein. Ein Sprung. Wir springen. Und dann kommt der Wall und das Wasser. OE 5. Algo Hildmann. Es sammeln noch. Manolo weiter rum. Mach weiter rücken und Meda hin. Und hier kommt sie. Auf dem Fach. Mit OE 5. Algo Hildmann. Es sammeln noch. Und auf der Verfolgung OE 5. Das ist natürlich ein Problem. mit einem Mann und Aufbau. Vorne Algo Hildmann. Des sammeln noch. Dann haben wir Meda und Manolo. Und das Tempo wird nicht allzu hoch. Von Algo Hildmann. Aber das ist viel verlagert von OE 5. Vorne ist es Algo Hildmann. Des sammeln noch. Und die beiden Adels. Meda und Manolo. So kann man sich treten jetzt. Durch den Ortsbürgersprung. Dann geht es her. Von dem Ball. Und hier werden wir sehen, was passiert in dieser 90-Grad-Melle. Vorne Algo Hildmann. Die Schüge haben eine Welt etwas dabei. Genau so wie Jürgen Mayer und die Leiter. Die Rüge haben vor der Zähne nicht aufgelöst. Ja, ja, ja. Hier sind wir. Was ist denn? Mit OE 5. Mit OE 5. Und auch Jürgen Mayer. Wer viel Boden gut gemacht hat. Und jetzt in der Kampf. Mit Algo Hildmann. Des sammeln noch. Mit Meda und Manolo. Jetzt geht es richtig zur Sache. Es ist Les Sables Blanc. Les Sables Blanc. Kommt Topf mit Algo Hildmann. Les Sables Blanc und Algo Hildmann. Les Sables Blanc und Algo Hildmann. Es ist. Innen ist es Les Sables Blanc. Algo Hildmann und Meda. Dann Manolo. Und auf die letzte Hürde. Von den 27. Der letzte. Hier kommt Les Sables Blanc. Les Sables Blanc. So. Ich bin zwei Wğl. Applaus Applaus